Planeten, Planeten, Horoskope, Planeten, Planeten. Ich meine ja nur, ich meine ja Platten. Platten, die Macht der Gewohnheit. Heute gibt's Platten. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, halte ich in meinen Händen das neueste Objekt. Eine Platte. Sie wissen noch nicht, was es damit auf sich hat. Aber ich will es Ihnen erklären, dass jeder von Ihnen versteht. Schauen Sie rein. Da ist eine Fotografie. Da sehen Sie den Klipp. Da sehen Sie den Lenz. Und da drüben in der Dunkelheit, da sehen Sie das Schafsbergorchester. Ja, das ist auch dabei. Ja, ja. Wenn wir jetzt hineinschauen. Ja, ja, das ist jetzt die Platte. Eine musikalische Platte. Da ist vorne was drauf. Und da ist hinten was drauf. Und wenn Sie da durchschauen, ja, da sehen Sie mich. Ja, ja, grüß Gott. Das ist eine Vinylplatte. Und was Sie jetzt noch nicht gesehen haben, neben der Platte ist auch ein Buch. Da lesen Sie sämtliche Geschichten zur Liedentwicklung und über das aktuelle Wien. Lesen Sie hier nach. Obwohl Sie überhaupt lesen können, Blätterneck. Da werde ich mich gleich amüsieren. Da werde ich mich gleich amüsieren. Das Ringtheater, die Laternenkossen. Kennen Sie die überhaupt? Der Rische Peppi. Ja, ja. Und im Gesamten bedeutet es Stühlepost. Das ist auch der Name von der Platte. Vom Album wohlgemerkt. Und jetzt nehmen Sie die Platten, legen Sie es auf den Plottenspieler, die Nadel und es geht los. Die Platten. Die kaufen es. Die kaufen es. Die Prayervergleichen Die Tür Doppel die andere die andere Vielen Dank.